Oh, wie's doing? Voll, voll, voll. Voll, voll, voll. Oh, kein eigenes Mädchen! Oh, bleibst du Maurits! Thomas, komm doch jetzt! Wissen Sie, wer der ist? Wir haben Charakter! Meine Hütte! Seit 30 Stunden meine Hütte, da kommt keiner rein. Na, ihr zwei! Wollt ihr sie selbst rausholen? Soll ich sie euch rausholen? Also, wir holen am besten mal die Leinen. Oh, ja, ja! Hallo, wirklich! Hallo, wirklich! Ja, ja, ja! Oh, ja, ja! Oh, ja, 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 ja! Guck mal her, ja! Oh, ja, ja! Oh! Oh, ja, ja! Oh, ja, ja! Oh, ja, ja! Oh, tu weg! Oh, non! Hallo Süße! Süße! Die haben schon... Du wirst gerade schon bestrollt, Schatz. Was? Ja, du wirst gerade schon bestrollt. Nicht loslassen. Die wird genau passen, guckend. Das Halsband ist nicht eng genug, ne? Wenn ihr das nehmt, was dran war. Der arme Mauritsch wird nur angegnazt. Schau, sind Leute da rein glotzen? Das ist ein feiner Hälbchen. Oh, guck mal! Mir ist zu dick die Reine, ne? Nö, super! An der ist ja viel kleiner als ich dachte! Ja 52 Cent, nö, das ist schon ein Kind, ne? Und die sind größer als ich dachte. Also sowas von hübsch. Ja, finde ich auch. Total hübsch. Und noch ganz zart. Aber ich habe schon gesagt, so behaart, das geht ja schon. Guck mal, ein kleiner Flüschbomber da.